Ich habe eine Minecraft-Hardcore-Challenge gemacht, bei der ich probiere, so schnell wie möglich den Enderdrachen zu töten. Und wenn ich sterbe, geht's von vorne los. Ich hab noch keine Rü... äh, kein Essen, richtig? Aber ich seh Eisen, deswegen geh ich jetzt dafür. Wer ist er? Wenn jetzt noch einer reinschreibt, dass ich einen Eimer machen soll, dann knallt's. Oh, lauf doch nicht einfach weg. Hat er sich jetzt kurz einen neuen Job geholt? Du machst hier keinen Job außer dem, den ich dir sage. Nein. Nein, 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 nein! Und wenn du jetzt wissen willst, wie das Ganze ausgeht, das ganze Video gibt's jetzt auf meinem Kanal. Kuss geht raus an jeden, der vorbeischaut.